So, deine Follower haben sie jetzt, ne, es ist die Ziege gewinnt. Ziege? Ne, lass uns das Sternzeichen lieber Steinbock nennen. Ist doch quasi das gleiche. Okay, ist notiert. Und was macht eine Ziege, äh, Steinbock so aus? Lass uns die Steinböcke fleißig machen mit sehr viel Durchhaltevermögen. Alles klar. Sie haben hohe Ziele und wollen diese auf jeden Fall erreichen. Echte Macherheit. Ah, das klingt ja wie ein Traum. Steinböcke sind aber keine Träumer. Steinböcke sind Realisten. Sie sind auf dem Boden geblieben, ja? Sie sind nicht flexibel und stur. Und was werden die anderen Sternzeichen von ihnen denken? Ja, die werden nicht so gut mit ihnen klarkommen. Sie sind egoistisch, Kontrollfreaks und komplette Einzelgänger. Das klingt ja sehr ernst und gar nicht nach Spaß. Doch Spaß werden sie haben. Besonders auf Partys. Ich ahne Böses.